Hallo und willkommen zurück zur Bio-Labor. Okay, ähm... Nein, das war das hier. Kann ich das andere machen? Level 38, das hab ich noch nicht, oder? Ich hab 35 erst. Kann ich das leider nicht machen. Okay, dann mach ich jetzt Feed. Boah, bei der hab ich ja gar nichts weggestellt, okay. Ah, das ist so ne Rakete. Bin ich blind? Ah, hier. Reichweiten-Spezialisierung. Explosionsgröße erhöht sich, je Länge mehr Projektile in der Luft sind. Maximal 100% Explosionsgröße. Neuigkeit erhöht sich um 50%. Okay. Dann so ein komisches, keine Ahnung, Vortex? Was ist das? Kernwächter? Ah ja, Kernwächter. Da erhöht den Schaden in der Nähe des Kernes. Der Bonus wird... Entfernen größer. Maximal 50% Schadensbonus. Oh Gott, die Map. Scheiße. Überlegene Reichweite. Du verursacht mehr Schaden, je weiter du vom Gegner entfernt bist. Ah ja. Das ist voll das Ranger-Ding. Gandalf, wie geht's dir? Servus, Gandalf. Ah ja, Drohnensteuerung hieß die Waffe. Weißt du, ich habe nur auf das Bild geschaut und das Bild hat mich an einen Fokus erinnert. Und da dachte ich, ich habe jetzt keinen Fokus in meiner Hand. Okay. Deswegen habe ich den genommen. Ich bereichere Daten, dass er sich immer genutzt hatte. Ja, ne, mach mal das da. Was soll ich für Türme mitnehmen? Hast du irgendeine Vorliebe? Ne, habe ich nicht. Thor ist Zorn? Toll, das... Das ist ne Waffe, die so heiß. Du hast also keinen Plan, wir waren das alles planungslos. Ja, was Tau angeht, ja, planungslos. Ansonsten kann ich dir sagen... Fokus und der Air-Minen-Dispenser. Interessant. Nur mit Miden. Was? Der hat nur Fokus und der Air-Minen-Dispenser benutzt, mehr kann ich das so nicht sagen. Das erklärt dieses Labyrinth-Design. Fokus Main. Wieso zur Hölle hat denn der auch nur drei Sachen zur Auswahl? Wieso kann ich fünf mitnehmen? Okay. Back with you. Was meinst du mit fünf? Naja, ich kann fünf Türme mitnehmen. Hä, du solltest eigentlich nur vier mitnehmen können. Bei dem Video... Achso, ja, ja, sorry, vier. Achso, ne, die hat einfach die anderen Slots leer gelassen. Okay. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Gib mir... Bau mal noch... Warte mal, hä? Sehe ich das hier falsch? Ja. Ja. Watt, warum sollte man das so bauen? Oh, komm. Gib mir mal diese blöden Dinger, bitte. Welche? Die Plattform. Aber du hast keine. Ähm, was soll ich dir geben? Du hast keine. Warst du zuerst in der Map? Ja, okay. Ja, finde ich ein bisschen komisch, das so zu machen, aber... Was soll das? Oh, okay. Ah, ja, Minen Dispenser hab ich jetzt nicht dabei. Fokus hab ich dabei. Ja, das wird jetzt schwer. Wir müssen die hier echt irgendwie aufhalten. Ich wünsch' uns allen viel Sinn. Komm, da starke Gegner? Nein, aber viele. Also, wenn die behauptet, die Map wäre super einfach, ich weiß ja nicht. Ich mochte die hier überhaupt nicht. Sind wir ja damals schon beinahe Game Over gegangen Wusstet du da mal was? Ich bin bereit Äh, ja, ich kann was tun Wow, da hast du gar kein Geld gehabt Wie zur Hölle soll man diese blöde Balliste denn benutzen? Die fällt mir überhaupt nicht Okay, die Waffe halt gar nicht Sorry Ich bin in so einer scheiß Ecke eingequetscht gewesen Oh, du bist auf die Tür gekommen Oh, perfekt Was ist das alles? Beide Minen sind weg So, das ist das komplette Layout für die Seite Mein Gott, ist das ein langes Ding Also ein Block kommt dann da noch drin Aber da könnte man theoretisch den hier mal da rein tun Wie, also hier stehen nur zwei Fokusse? Was? Nein, ich baue gerade nur nach, was die hier Äh, und ich kann dir sogar Äh, ja, die hat tatsächlich nur zwei Fokusse Also, nur dass die den hier gebaut hat Die sind dann am Ende auf Stufe 3 und scheinbar reicht das dann hier Frag mich nicht, ob das realistisch ist Bei uns haben sie halt doppelt so viel Leben, also Na gut Ich würde jetzt mal den einen hier upgraden Ich habe nicht genug Geld Bender Bender Ja Ansonsten bau ruhig einen dritten Schaden kann es ja nicht Wir haben doppelt so viel Geld, also brauchen wir Doppelt so viel Lebenspunkt nach doppelt so viel Türmen Keine Ahnung 45 schnelle Läufer, also das macht Spaß Ich mag diese Balliste überhaupt nicht Rechtsklick werde ich nicht benutzen, wenn ihr das Spiel zum Abschluss bringt Das ist ein schaden, 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 das ist ein schaden Das ist so gut Ich gehe nicht mehr Ich gehe nicht mehr Was können wir jetzt nur von der Seite? Was ist der Plan hier? mehr fokus sagt ob es ist am ende am anfang vier stück hier die satze mehr naja könnte jetzt theoretisch schnell mal eine ausleihen von hier hatte mal irgendwas stimmt hier nicht was dann ach so ja du hast den dritten gebaut das ist genau das was hier nicht drin ist was denn mal schauen ob sie das später ein aber das ist dein problem was schon später ist genau an der stelle der einzige war nur am anfang war es halt 22 und nicht also ich kann dir sagen ich habe die plattform gebaut ja genau das war es ja und ich habe bis drei gezählt statt und mir gedacht wieso sind es drei aber passt schon ich hätte ja die eine ecke nicht machen müssen gut dann graden wir mal auch gleich einen ab ich habe die krieger hau raus also die enter taste mehr will ich nicht von dir wir müssen ihn ablenken ja will ich jetzt nicht aber ablenken müssen wir ihn halt tatsächlich sonst schaffen wir den nicht mehr und dann greif mich an ja gut sehr schön es hat besser geklappt als ich bedacht hätte da und da kommt so einer aber ich mal was was sie nicht hat immer wieder geld ja weil sie gerade zufällig schwemme sind und du machst die andere seite ich kann dir sagen wie das labyrinth weitergeht wenn du willst aber tower mäßig haben wir dort eh schon mehr als hier naja du baust jetzt einfach die zwei ja egal das ist relativ wurscht muss ich ganz ehrlich sagen sehr viel passiert hier nicht mehr wir sind sogar eine reihe falsch deswegen ich komme zu dir rüber sobald die schwemme erledigt sind ich will nur nicht dass sie sich regnet oder ich starte mal in der mitte für den fall dass die bei dir zuerst war das teil ist echt unendlich tanky es geht gerade so hin dass das teil am ende stirbt und der hier ist nicht tot bei dir kommt nichts mehr dennis gut also du kannst doch bauen was du willst bei mir ist alles fertig auf meiner seite krieger und drei leute und du hast auch einen krieger aber sechs leute dann gebe ich mein geld bei dir aus weil du ein nachteil bist das ist meine meine nacht der wichtigste ja genau oh da ist schon auf drei ok ja ich habe nachgeholfen wo ist der kriege ach scheiße ich bin tot gut dass wir die zwei chaos geschütze haben ich schaue mal im video nach oh die hat die beiden dinge abgebaut sogar ja bin ich jetzt kein fan davon ja gut hat er doch geklappt jetzt sollte ich nicht zu früh sagen wir haben ja noch eine welle ja wir haben noch eine welle das wichtigste ist den krieger hier drin aufzuhalten ja walkers ja 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 okay bei mir ist gerade zum glück pause vor der verdammte krieger kommt bei dir kommt er auch zum schluss nehme ich an ich kam nicht mehr raus oder hast du deinen krieger schon erledigt für die freiheit und schneller als die polizei erlaubt jetzt höre ich damit auf die achievements mit den ausrüstung dingern zu machen das ist mir sonst zu blöd ich habe alles zu verlieren deswegen richtig lieber optimal 36 bin ich auch noch nicht oder 1 1 21 das kann ich mal das tor aber das kommt dem nächsten paar werden nicht vergessen